Auf ein kurzes Wort und zwar in zwei Teilen. Zum einen zum Evangelium der Verklärungsgeschichte, das ja bekanntlich immer am Sonntag Reministera, also dem zweiten Fastensonntag, gelesen wird, also zur Verklärung und zweitens dann etwas grundsätzlich Klärendes. Zur Verklärung. Die Verklärungsgeschichte ist, so darf ich sagen, eine Erklärung. Sie findet sich bekanntlich in den drei synoptischen Evangelien, also bei Matthäus, Markus und eben Lukas, wie in diesem Jahr. Da gibt es durchaus den ein oder anderen Unterschied, das soll uns hier nicht weiter beschäftigen. Und dann ist diese Geschichte noch einmal aufgerufen im zweiten Petrusbrief. Und man möchte sagen, es ist so etwas wie eine verirrte Ostergeschichte. Eine verirrte Ostergeschichte deswegen, weil hier gewissermaßen vorweg erklärt wird, was die definitive Bedeutung des Nazareners ist. Verklärung, Erklärung und auch die lateinische und die griechische Bezeichnungen bringen es ähnlich auf den Punkt. Die Transfiguratio, so das lateinische, da geht es darum, dass die Gestalt Jesu in einem anderen Licht erscheint. Dass also etwas hier visualisiert wird, was man sonst nicht sieht. Und auch das griechische Metamorphosis meint genau das gleiche, also eine andere Gestalt. Und es ist literarisch ein großartiger Kunstgriff, dass hier die Bedeutung des Nazareners visualisiert wird, aber auch, dass es proklamiert wird, was Sache ist. Klärendes bei der Verklärung. Ein wenig ins Detail. Und man möchte sich wieder ärgern. Es heißt nämlich auch in der neuen Übersetzung, die ja beileibe etwas gekostet hat, nicht wahr? Da heißt es immer noch, dass Mose und Elia, zu denen komme ich gleich, mit Jesus in dieser verklärten Gestalt, die ja etwas wie gesagt erklären soll, dass sie von seinem Ende sprechen. Nein, im Griechischen steht das Wort Exodus. Und das meint etwas ganz anderes als einfach nur Fettisch. Ende. Angespielt, sehr offensichtlich, ist auf die große Befreiungserfahrung Israels, also der Auszug, der Exodus aus Ägypten. Und das wird nun eingespielt hinsichtlich einer definitiven Befreiung, nämlich aus dem Tod. Verirrte Ostergeschichte. Warum Mose und Elia? Warum nicht Karl-Heinz und Ingrid? Weil Mose natürlich für die fünf Bücher des Mose steht, wie wir die ersten fünf Bücher des ersten, des Alten Testamentes nennen. Und Elia, als der größte der Propheten, steht für das Prophetenkorpus des Ersten Testamentes. Und wenn die drei sich sozusagen unterhalten, wird deutlich, dass diese definitive Überwindung des Todes, also der Exodus schlechthin, ja nicht irgendwie vom Himmel fällt, sondern dass hier konkret angewandt und realisiert ist, was Stichwort Mose, was Stichwort Elia in den heiligen Schriften Israels erhofft, ersehnt, ja gewissermaßen herbeigeglaubt wird mit jeder Phase der Existenz. Und auch Hieronymus, der Kirchenlehrer, etwas exzentrisch, hat es entsprechend formuliert. Er sagte, die Schrift nicht kennen, damit meint er die Schriften des ersten Testamentes, heißt Christus nicht kennen. Dann versteht man eben nichts, es bleibt unerklärlich. All dies hier eingespielt. Und dann nicht nur, dass Bedeutung visualisiert wird, also dieser Glanz, die göttliche Glanzwucht, wenn man so möchte, sondern dass eben auch proklamiert wird. Also Gott selbst wird aufgeboten, um Klärendes zu sagen, dieser ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Dieser ist Sachwalter dessen, dass ich Gott bin. Wäre Gott nicht Gott, hätte der Tod das letzte Wort. Das ist nicht der Fall. Und all dies soll hier wuchtig, literarisch großartig uns vor Augen gestellt sein. Klärendes, Eindeutiges, so ist es. Zweiter Punkt. Klärendes. Momentan gewinnen wir nicht zu Unrecht den Eindruck, dass die Welt aus den Fugen gerät. Nicht nur, dass die Corona-Pandemie uns immer noch beutelt. Sie ist zwar in den Nachrichten etwas nach unten gerutscht, aber das dürfte das Virus schwerlich beeindrucken. Auch der entsetzliche Krieg in der Ukraine beutelt unser Gemüt und bringt wehrlose Menschen um ihr Leben. Hier wäre es hilfreich, auch Klärendes einzuspeisen, damit wir auch hier verstehen, worum es eigentlich geht. Corona. Theologisch würde man sagen, dieser Kümmerling der Evolution, dieses eigentlich tote Virus, ist zu verbuchen unter dem, was man das Malum Physikum nennt. Das naturhafte Übel. Ein naturhaftes Übel ist nicht böse. Auch ein Erdbeben, das würde unter dieselbe Kategorie fallen, ist nicht böse. Es ist ein Übel. Und angesichts solcher Herausforderungen suchen, wie ich gerne sage, intelligente Menschen nach Lösungen und die anderen nach Schuldigen. Was in der Ukraine geschieht, ist klassisch gesprochen das Malum Morale. Das moralisch böse. Böse ist nur etwas, wo es Akteure gibt, die handeln, die willentlich handeln. Auf wen ich anspiele, dürfte klar sein. Gleichwohl, auch diese Akteure haben Interessen und dann wird es spannend. Und zwar deswegen, weil sich hier dann etwas klären könnte. Die Verwerfungslinie, so meine These, ist schlicht und ergreifend die zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung. Zwischen freiheitlicher Selbstbestimmung und diktatorischer Fremdbestimmung. Um diese Alternative geht es. Mit welcher Welt und Gesellschaft möchtest du leben? Auf der anderen Seite, in welcher Welt und Gesellschaft sollst du leben? Einmal freiheitlich von dir, einmal diktatorisch von außen. Und man täusche sich nicht. Das ist nicht nur politisch brisant in diesen Tagen. Mit dieser deute Kategorie kann man auch die Zerwerfungslinien innerhalb des Christlichen dechiffrieren. Schlicht und ergreifend, bauen wir in die Zukunft gewissermaßen den verlängerten Exodus in die Freiheit hinein? Bauen wir darauf? Das wäre wünschenswert. Oder baut man, wie es gerne in traditionell sich verstehenden Gruppierungen propagiert wird, auf eindeutige ewige Wahrheiten. Heteronom, fremdbestimmt oder autonom, selbstbestimmt. Das sind die Alternativen. Das ist die Verwerfungslinie. Und wenig überraschend. Mit dem Gott, der in der Gestalt Jesu auf den Plan tritt, ist nichts zu gewinnen. Kein Blumentopf, wenn man so möchte, mit ewigen Wahrheiten. Denn dieser Gott ist ein Gott, der in der Geschichte sich erweist. Und Geschichte ist offen. Zukunft. Für ewige Wahrheiten gibt es keine Zukunft. Da ist alles fertig. Und es wird dekretiert, gar diktatorisch, wie es sein soll. Auf Gott. Und hier Klärendes einzuspeisen. Klärendes einzuspeisen, dass es mit dem Exodus-Gott nicht funktioniert, wird er kombiniert mit Fremdbestimmung. Denn, Hand aufs Herz, auf ihn sollt ihr hören. Hören ist ein williges, einvernehmliches Mittun und kein Diktat von außen. Insofern erklärt die Verklärungsgeschichte, wer dieser Gott ist und könnte Klärendes einspeisen, damit die Konflikte unserer Zeit in der Tiefe begriffen und die Alternative deutlich wird. In welcher Welt, in welcher Gesellschaft, in welcher Kirche willst du leben? Die Antwort hat jeder selbst zu finden. Hat jede selbst zu finden. Gleichwohl, es gibt keine Alternative zu jener Befreiung, die deine Freiheit meint, die dich meint. Als selbstbestimmtes Christenkind. Gott möge uns segnen. Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.